Diodato Ipato, auch genannt Theodato Ipato, war der vier. Doge von Venedig. Er regierte von 742 bis 755. Venedig stand nach dem Tod des dritten Dogen Orso Ipato, fünf Jahre lang unter byzantinischer Verwaltung. Magistri Militum mit jeweils einjähriger Amtszeit waren Leonen Domenico, Domenico, Felice Cognola, Orso Diodato und Gioviano. Der letzte der Magistat Giovanni Fabriaco, wurde während der Abwesenheit des zuständigen byzantinischen Ex-Eichen gewaltsam vertrieben und der Regierungssitz Venedigs von Erikel Li nach Malamoco verlegt. Zum Dogen gewählt wurde Diodato, ehemaliger Magister Militum und Sohn des ermordeten Orso Ipato. Byzanz erkannte den neuen Dogen an und verlieh ihm ebenso wie seinem Vater den Titel Ipato. Diodato war einerseits den Venezianern, die ihm zu seinem Amt verholfen hatten, verpflichtet. Hatte andererseits als von Byzanz abhängiger Stadthalter die Interessen des oströmischen Kaisers zu wahren. Was ein beachtliches diplomatisches Geschick erforderte. Um seine Macht und venezianisches Territorium gegen langobardische Angriffe zu sichern, ließ er das Castel Bronodolo errichten. Das gleichzeitig nützlich für die Kontrolle des Schiffsverkehrs zwischen Rathenau und der Lagune war. Allerdings kam er Rathenau nicht zu Hilfe, als es von den Langobarden unter Eistulf belagert wurde, sondern erneuerte mit den Feinden Byzanz. Den alten, zwischen dem Dogenpao Lucio und Liudpant geschlossenen Friedensvertrag. Nachdem aber der Franken-König Pepin der kurze Ravenna erobert hatte und Eistulf zur Anerkennung der fränkischen Oberherrschaft gezwungen hatte, und das Exarchat von Ravenna an den Papst übergegangen war, sahen sich die Venezianer plötzlich in einer isolierten und äußerst gefährdeten Lage und revoltierten gegen den Dogen. An die Spitze der Revolte setzte sich der byzantinische Parteigänger Galar Lupernio. Der Doge wurde abgesetzt, geblendet und verjagt, sein Todesdatum ist unbekannt.